Hey, das ist Joe Mahoney aus New York. Wir alle haben uns gefragt, was ist aus dem alten Trick geworden? Seit Wochen haben wir nichts gehört. Warte, ich habe eine vertrauliche Quelle aufgetan und ich habe die neuesten News. Ja, das war ein cooler Witt, aber das war natürlich nicht alles. Zwischendurch hat er an der Aloha rumgeschraubt, die Tequila ins Wasser gelassen und er war natürlich beim Braumeister und hat das Wichtigste getan mit diesen Höhlen-Temperaturen, er hat das Bier abgeholt. Ja Leute, so sieht es aus. Immer schön was los hier. Hey, Jack hat mir gerade noch diese WhatsApp geschickt, er wollte noch kurz zum Himalaya mit seinem Tour beschlicken, um Eis zu holen, damit Ice Call Jack dieses Wochenende Anstieg 3 fließen kann. Bis dahin, ciao.